z Kulte 2004 habe ich selbst gespielt hat auch selber zwölf Server Quake habe ich auch genug Server gehabt noch selbst gespielt lange Zeit ja eigenen Clan alles ganz groß aufgezogen damals hier eigenen Root Server gemietet selbst Server gehostet eingestellt Server Admin alles gewesen umprogrammierte Inis perfekte Pingen alles mögliche das gleiche auch bei Quake 3 damals also schon sehr sehr engagiert das ganze angegangen dann waren wir damals schon Gags Clan war schon damals nicht nicht so klein sag ich mal über 120 Leute waren damals dabei aber ist jetzt eigentlich irrelevant es war damals mein driver tat wieder Geld eingefahren und wir können hier am Wielspin teilnehmen brauchst du ja brauchst du ja als Werbung Server für die Allgemeinheit Server für den Clan Server zum Termin Server für dies für das und dann Werbung zu schalten also auf den einzelnen Servern selber dann ja viel Blödsinn gemacht der Gags in seinem Leben schon 97 habe ich angefangen mit Quake 2 online zu spielen glaube ich war mein erstes online Spiel Quake 2 in 200 Metern nach links abbiegen nach links abbiegen genau wie gesagt Quake bis 2.099 kam es heraus im Dezember bis 2.003 bis glaube ich jetzt auch klar auch nicht wie so ein Psyche dauernd sondern aber da gab es halt nichts anderes das fand ich klar habe noch gespielt mit für Speed und sowas haben wir uns der Clan hat aber aus 120 Leuten bestanden also meiner CS hatte man hat man gespielt und die 99 und ich selbst habe Comic 3 gespielt aber nie so wirklich jetzt pro pro gamer mäßig weißt du also ganz tschülig halt aber leider gab es auch danach nie wieder so ein Spiel das sind für mich die richtigen schnellen Shooter nicht dieses Battlefield gedöntes Call of Duty enge Häuser kämpfe weißt nicht mit Ultima Online hast du angefangen ja ich irgendwann mit Quake 2 damals 97 glaube ich damals doch mit Grappling Hook und alles voll geil mit 14 Vierermodem glaube ich bei Quake 3 warst du schon ISDN bei Quake 3 warst du schon ISDN Sie haben ihr Ziel erreicht Gammel auch viel rum und helfe Leuten die noch nicht so weit sind habe ich schon viermal neu angefangen also kannst du nach zwei Tagen abziehen und es wird künstlichen Länge gezogen ach so CS habe ich habe ich auch noch nie gespielt bis außer auf einmal im Stream so weit bist du schon gekommen einmal im Stream gespielt für zwei drei Stunden aber war ich halt überfordert mit dem ganzen Zeug keine Ahnung von den Maps keine Ahnung von den Waffen gar nichts ja klar mit ISDN Ping Wins klar haben wir ja damals auch gesagt die Quake 4 im besten Ping Wins und die Amis hat meist mit ihrem Cable hatten die immer 5 oder 10 oder wenn überhaupt mit ISDN konnten es glücklich schätzen wenn wir auf 80 kamen oder 50 der Shit ist nicht hingeschaut fuck na fangen wir nochmal an ich habe jetzt gerade gelesen ja und dann kam halt ein Spiel was ich neun Jahre lang gespielt habe und dann war alles andere egal bin zwar zwischendurch immer noch Racing oder so gefahren aber nur als die Server down waren und meistens auch da irgendwelche Boss Strategien entwickelt CSGore muss man nach 10 Stunden einfinden ich habe es 3 Stunden im Stream gespielt oder so aber auch wenn du noch nie irgendwie so eine Art Shooter gespielt hast auch wenn du direkt von von sagen wir mal 2005 von Unreal auf 2014 CSGore wechselst direkte weiß ich gar nicht ob das denn so einfach ist die Leute glauben mir halt sowas dass ich sage ich habe es noch nie gespielt ist das einfach so kann ich dir nach dem Rennen sagen Black Core fuck nach dem Rennen sagen voll die Kurve nicht gesehen kann man das nicht nachschauen im Xbox Account also Forza 1 habe ich ja eigentlich nicht gespielt ich bin jetzt mit Forza 2 eingestiegen F1 hat einen Kumpel für mich gehabt hat es gesagt das ist total geil Gag schau mal das ist wie per Andrismo und habe ich leider zu spät da kam dann schon die 360 dann raus da habe ich der Forza 2 gespielt was ist denn mit dem verarschen ja muss ich über das Spiel auseinandersetzen nur du siehst du hier im Stream ist halt so eine Sache alles klar bis gleich gerne rauchen auf das Spiel achte ich kaum ich quatsche eher mit euch und labern so ein bisschen natürlich bei CS muss man ja schon fokussiert sein schätze ich mal was mich halt dann auch langweilt du bist halt da stirbst und bist tot und musst dann warten dann kommst du nie wirklich zum üben dann bist du mehr am am tot da warten anstatt zu spielen auch wenn du FFA spielst ist ja vielleicht zum Aufwärmen oder so mal gucken genau wenn du es herausfindest mit welchen Waffen musst du trotzdem mit jeder Waffe üben und schauen wie sie verzieht und schauen wie man trifft und es ist halt sehr viel Arbeit keine Ahnung ob ich mir das ob ich da Bock hab mir das zu geben so seriös alles klar darf ichs schlaf schön und träum süß Merti wirst du vorbeischauen also du hast gesagt bis zum 2er Golf naja von Justin kommt erstmal der 430er dann kommt von Tim der Subaru dann kommt von Mike Pontiac und dann kommt erst einer noch 4 Autos also kommt drauf an wer jetzt alles noch da ist oder nicht also 1,5 bis 2 Stunden kein Plan wie ich halt alles zurechtkomme Mann das war verdammt gutes Fahren und du hast gerade eine weitere Meisterschaft an Land gezogen so haben wir HSVs Wunsch erledigt hoffe es war ok habe mich jetzt nicht ganz so doof angestellt war nicht so schwer langsames Auto Ferrari 430 also Justin du hast es aber geändert auf VW Bus ja bei VW muss ich komplett Offroad fahren alter komplett immer durch das Feld und dann dauert es 2 Stunden bis ich die Challenge schaffe hey Leute wir sind erstmal fertig in San Giovanni kommt zum Treffpunkt wenn ihr fertig seid aber egal ich mach das einfach dann fahr ich halt die Challenge also die die Championship egal ob ich jetzt 12 werde oder nicht aber mach mal einfach nur das ist halt so eine Art Offroad hier gezählt du hast fast nur Rennen im im Feld und das ist echt immer nur querfeldein immer nur querfeldein in 400 Metern nach links abbiegen ja klar Black Core mach ich habe ich vor habe ich vor natürlich ich habe jetzt nicht das Lenkrad aufgebaut und zockt nur ein paar Stunden ne habe ich schon morgen vor und wenn du und wenn du pennen musst und dann kein Bock hast zu warten kein Problem Deine deinen ich lasse es in der Liste stehen wenn du nächstes Mal kommst dann bist du da dann zieht man dich hier vor weil du schon länger deinen Wunsch geäußert hast sie haben ihr Ziel erreicht also was soll ich nehmen hier den Ferrari 430 alles klar kein Problem mein Freund kein Problem schreibt da gleich wieder rein in den VW-Bus komm rein man was kann ich für dich tun also Ferrari 430 kein Problem hey wie läuft's denn so wenn ich dich sehe läuft's immer gut Baby sortieren Hersteller den meinst du oder? den Flower Power den Flower Power den Flower Power Bus hier kannst du nur auf B700 bringen keine neuen Teile zu montieren geht gar nicht oder was? achso das ist schon wir haben den schon hoch gezüchtet alter wir haben den schon hoch gezüchtet der geht nicht höher ich könnte höchstens noch ein anderes Hack Ding einbauen ja alter geht ja aber sonst haben wir den schon hoch gezüchtet ja doch lol 6,2 Liter nee geht sogar heftig spitz jetzt boah aber so auf S1 könnten wir ihn ja lassen aber ist jetzt zu krass jetzt muss man noch andere Sachen noch wechseln hier jetzt mach ich wieder ewig rum hier aber dann gut naja weiß ich individuell ist halt schon das ist wieder so ne Sache mit dem Lundbastel hier so WB natürlich Rennreifen was denn sonst haben wir ja schon drin haben wir auch schon die breitesten haben wir auch schon alles klar hier passt ja dann Motor Luftfilter muss jetzt echt alles einstellen hier dass man nicht einfach alles auf Max stellen können wenn du gut ist ja natürlich brauche ich jetzt Rennbremsen sonst würde ich ja hier nicht zum Stehen kommen mit dem Ding warum das letzte jetzt ein scheißegal ich lese jetzt gar nicht wäre es zu viel wird zu lange dauern wird zu lange dauern meine Freunde ich will aber nicht auf X kommen also X wäre zu viel S2 lasse ich höchstens schau mal